Wir werden zur nächsten heiligen Höhle finden. Machen wir schnell den kaputt. Ist doch gut. Ja, ist ja gut. Komm, spür die Macht meines Pferds. Oh shit. Ich hab mehr Kraft als du. Du. Sieh, wie ich dich fertig mache. Du hast keine Chance mehr. Wenn ich bedenke, wie der uns beim ersten Kampf gegen das Vieh fertig gemacht hat. Und wie wir ihn jetzt einfach vernichten. Haha. Keine Chance. Absolut keine Chance. So, meine Freunde, ihr seid frei. Wir sind gerettet, unsere Wohltäterin. Ihr seid frei, meine Freunde. Ha. Genau das hab ich eben auch gesagt. Ja. 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 Hallo. Schnauze. Die sind ja ekelhaft, die Dinger. Ein Picknickkorb seit langem mal wieder. Das freut mich sehr. Ja. Ja, so gefällt mir das. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... unsere Klinge verbessern. Ja. 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 Komm. Komm. Na. Verdammt. Wir müssen die abschießen, wenn sie auf dem Boden liegen. So. Genau so. Ach, da fliegt noch eins. Darf nicht wahr sein. Ups. So. Ach, das sind noch viel mehr. Kette, 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 Kette. Autsch. Autsch. Okay, okay. Jetzt können wir da zumindest mal hoch. Das... Au. Seid ihr bescheuert? Ja, das sind wir. Töte uns. Boah, ihr seid so erbärmlich. Komm schon, zeig dich. Hässliches Vieh. Komm schon. Ach, scheiß drauf. Komm jetzt hier. Ich muss weiter. Macht's gut. Ihr Assis. Tschüss. Boah. Boah. Und jetzt müssen wir... Danach... Äh... Äh... Ich weiß, da unten war eine kleine Schlüssellochtür. Aber ich hab keinen Bock da jetzt nochmal dann hoch zu gehen. Warte, boah. Warte, boah. Flatsch. Boah. Ach, hab ich den jetzt befreit. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Boiing. Boiing. Hallo. Ije. Boah, die sind so eklig, die Viecher. Ekelhaft. Okay, da oben kommen wir raus. Nein, nicht in Gang. Ich bilde mir schon Sachen ein. Und Bäm. Freiheit. Cool. Katze. Sag was. Okay, jetzt können wir weiter. Vorher heilen wir uns natürlich wieder innerhalb der Blume. Gut. Zahn, du kommst mit. Und wir müssen auf den Dingern hier laufen. Auch schön. Und Fächerplattform. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Da oben ist eine Schnauze. Ich seh dich. Schnauzenvieh. Und ich werde dich töten. Und wenn jetzt ein Picknick kommt, da oben spawnen lässt, dann hau ich dich. Hä? Hä? Was hat mir das jetzt so gebracht? Komm ich da oben hin? Nein. Komm ich nicht. Warum wusste ich das? Wahrscheinlich von da. Aber was hat sich denn da jetzt verändert? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Hooray. Secrets, die man nicht versteht. Einmal drehen, Alice. Wir müssen da auf den Fächer. Oh mein Gott. Und jetzt auf den schönen roten. Uah. Schön machen wir das. Schön. Okay. Gegner horten. Der Finsternis. Finsternis. Noch nicht. Na 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 na. Na 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 na. Eine Flasche. Und ein Gang mit Sachen. Ah, okay. Das sind jetzt hier oben wieder rausgekommen. Das ist gut. Gut. Gut, 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 gut. Da kommt Luft raus. Das ist auch gut. Und jetzt müssen wir wohl da rüber. Und dann müssen wir wohl da drauf. Und. Blab. Gut gemacht, Alice. Es speichert automatisch. Und wir schauen mal. Wo wir jetzt schon wieder hineingeraten. Katze hat was zu sagen. Oh mein Gott. Katze, sprich. Wo bist du denn? Katze. Äh, ja. Wo bist du denn? Oh mein Gott. Aua. Das tat etwas weh. Hilfe, Mami. Oh mein Gott. Beobachte, lerne und reagiere. Oh. 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 Kette. Du musst die Kette schon greifen. Oh. Was zum Teufel. Ach, da war die Katze. Okay. Okay. Scheint es ja jede Menge Geheimnisse zu geben. Ich denke, dass wir an die Erinnerung dran kommen, wenn wir hier durchgehen. Ich kann mich natürlich auch irren. Ich habe mich geirrt. Hier bekommen wir wieder Rosenfarbe. Und dann kommen wir zur Erinnerung. Auch schön. Holen wir uns erstmal Rosenfarbe. Vielleicht bekommen wir noch eine Rose voll. Demnächst. Ah. Richtig. Wir haben doch keine Zeit. Oh. Die kennen wir doch. Nur von denen. Komm. Schieß. 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 Ah. Oh. Grepeert. Grepeert. Au. Oh. Oh man. Oh man. Oh man. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Müssen die mal aus dem Weg rollen hier. Die stören nämlich. Ziemlich. Ihr stört. What the fuck? Was war das denn? Oh, sind die jetzt alle gestorben? Hm, man weiß es nicht, man munkelt nur. Na egal, Hauptsache wir haben die Rosenfarbe, uns soll es recht sein. Und wir gucken mal, ob wir weitermachen können, ne? Zum Ernst, erstmal die Erinnerung. Feuer, Alice, Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Lizzie hatte also die Tür abgeschlossen. Warum war ihre Tür abgeschlossen? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Wah, schnell! Wah, oh mein Gott! Okay, jetzt raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Unfreundliches Pack! Na super! Oh nein! Geh weg! Oh, what the fuck! Äh, hallo, seid ihr behindert oder so? Äh, ja, Alice! Okay, das war jetzt Fail, würde ich mal sagen. Du stirbst jetzt als erstes Mal, Drecksbogenschütze. Und ihr kleinen Dreckfiecher, ihr krepiert auch. Wie das Ding reinrotzt, ey! Puh! 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 Puh!